Prost, wir trinken jetzt mal ein Bier, 650 Milliliter, 6,5 Prozent. Ja, danach gibt es den Wettkampf, er hat geboxt, ja. Genau, dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt zu einem Boxwettkampf, der startet jetzt gleich. Da drüben, wo ich jetzt hinsehe, da ist der Boxwettkampf. Der Wettkampf, der startet da. Ja, ihr seht schon, auf einer Hand, Pantage. Die anderen, die anderen ist frei. Ja, da glaubt ihr, der hat es ja. Der hat doch einen Sandschutz drinnen. Der gibt es jetzt schon als Sieger. Ja, der hat doch nicht gewonnen. Ah, der war übel. Die lachen auch von meinem Scheiße. Ja, der hat doch nicht gewonnen. Röte, 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 röte. Röte, 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 röte. Röte, 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 röte. Der hat auch einen gewonnen, ne? Ja, dieser ist ja jetzt. Wir haben gerade so ein Ess bekommen hier, von den Kindern da. Cheerleaders! Cheerleaders! Ich glaube, sie sind beide gut. Das ist nicht aggressiv genug. Ja, die Stimmung ist aufgehext. Einen feiern da, die anderen da drüben. Ja, Rainer, es wird's dunkel. Im Ort ist jetzt kapiert, sind die Banker. Ja, wir machen da woanders weiter. Ja, wir sind eh neben den Bankern. Ja, wir machen da woanders weiter. Ja, wir machen da woanders weiter. Ja, wir machen da woanders weiter.